ZIP Tutorial Wo finde ich Zeitschriften? Wenn Sie Interesse an Zeitschriftenaufsätzen haben, die nicht elektronisch vorhanden sind, müssten Sie sich diese in gedruckter Form beschaffen. Haben Sie Interesse an dem Aufsatz Moderne Architektur der DDR Gestaltung, Konstruktion, Denkmalpflege Klicken Sie auf den Titel. Auf der nächsten Seite werden Ihnen weitere Informationen zum Aufsatz angezeigt. Unter anderem, dass er im Jahr 2021 in Band 112, Heft 21 der Zeitschrift Bauwelt erschienen ist. Jetzt können Sie über Nachweis Campus LUH prüfen, ob die TIB die gedruckte Zeitschrift, in der der Aufsatz erschienen ist, besitzt. Wenn dem so ist, können Sie das Heft, in dem er erschienen ist, über unser Bestellformular für nicht verleihbare Medien bestellen und den Aufsatz dann in der Bibliothek einscannen. Die Heftbestellung dauert an Werktagen ungefähr 24 Stunden. Falls sich das Heft im Freihandbereich innerhalb der Bibliothek befinden sollte, können Sie es sich auch selber aus dem Regal holen. Dieses wäre der schnellste Weg, um es in die Hand zu bekommen. Um herauszufinden, ob dem so ist, können Sie den Titel der Zeitschrift kopieren und im TIB-Portal danach suchen. Um mehr über den Standort der Zeitschrift herauszufinden, klicken Sie auf den Titel und dann auf Zugriff Campus LUH. Dadurch werden Sie in unseren klassischen Bibliothekskatalog weitergeleitet und sehen den Standort der Zeitschrift. Sie steht in der TIB Technik Naturwissenschaften im großen Lesesaal in der zweiten Ebene und hat den Standort LARC Z200 und die Signatur ZS 3682. Wenn Sie auf den Link Wegweiser klicken, wird Ihnen der räumliche Standort der Zeitschrift innerhalb der Bibliothek angezeigt. Sie können die Ausgabe der Zeitschrift jetzt selber dem Regal entnehmen und den Aufsatz scannen. Nicht alle Jahrgänge einer Zeitschrift befinden sich frei zugänglich in unseren Lesesälen. Je nach TIB-Standort sind ältere Bände in den Magazinen aufgestellt und müssten über die Bandliste in die jeweilige Leihstelle bestellt werden. Bei etlichen Zeitschriften der TIB Technik Naturwissenschaften sind alle Hefte im Magazin und müssten ebenfalls bestellt werden. Alternativ dazu können sich Angehörige der Leibniz Universität Hannover den Aufsatz für 2 Euro über den Link Kopie bestellen an Ihre E-Mail-Adresse bestellen.